hallo und herzlich willkommen zum wetter update vom 29 mai bis 2 juni hier schon auf dem bild zu sehen ein tornado der letzte woche am 25 mai bei gießen und dieses unwetter mit viele geschwemmungen im vogland vom 26 mai und so geht es auch weiter in den nächsten tagen lasst euch jetzt nicht vom montag abschrecken ich bin gestern nicht dazu gekommen das update rauszuhauen deswegen ist er jetzt noch damit dabei aber ich habe es so angepasst dass das auch stimmt denn heute werden unglaubliche 35 grad auch örtlich 36 grad erreicht die werden erreicht im norden dabei gibt es ordentlich gewitter heute wieder heute sehr starkes gewitter risiko vor allem von norden bis nordosten da bleibt es nämlich am meisten am längsten trocken im rest des landes komplett gewitter risiko es kann auch ziemlich stürmisch werden und in den bereichen wo es sonnig bleibt da wird es auch ziemlich windig bis zu 50 stunden kilometer könnte erreicht werden das ist vielleicht ein bisschen schön weil er wird es nicht so unangenehm wenn es ein bisschen weht man kriegt so ein bisschen mehr feuchtigkeit in die luft was natürlich wieder zu mehr schwüle führt das ist natürlich nicht so fein mittwoch 32 bis 27 grad am dienstag die 23 grad werden im süden erreicht da ist es ein bisschen frischer da hat es ja gestern ordentlich gewittert bei regensburg wer es nicht mitbekommen hat ich kann ja meinen kanal unten in die youtube beschreibung packen da könnt ihr sehen wie sogar ein funnel gesichtet wurde am donnerstag geht die hitze weiter und sie wird auch noch mal anhalten so wie ihr seht es wird immer wieder zu gewittern kommen die hitze bleibt bestehen aber ich kann euch versichern ab dem wochenende also ab samstag sonntag wird es auch ein wenig sonniger werden also noch trockener als es jetzt schon ist der nordosten bleibt weiterhin der trockenste deutschlands und das heißt dort bleibt auch die waldbrandgefahr auf stufe 5 bestehen im rest des landes könnte es dazu führen dass dort auch die waldbrandstufe 5 erreicht wird denn es wurde bis jetzt von von fast jedem modell von samstag bis zu darauf folgenden woche zwar etwas frischere temperaturen von 27 bis 19 grad aber sonne pur das heißt es gewittert nur noch sehr selten oder schauert sehr selten und das kann natürlich zu erhöhten trockenheitsbedingungen kommen genau ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen tag vergesst nicht sonnencreme mitzunehmen und geeignete kleidung wir haben teilweise uv 7 oder uv 8 den hitzeindex uv index meine ich natürlich sorry und das ist schon wichtig auf die richt auf den richtigen schutz zu achten das war es von mir meine lieben freunde wie gesagt ich hatte wenig zeit vergesst mir dass dort oben jetzt auch es ist gerade aufgefallen es geht bis zum 2 juni ich bin gerade ein bisschen im verzug und die hitze die macht mir auch ein bisschen zu schaffen deswegen verzeiht es mir bitte ab mittwoch wie gesagt wieder regulär ich versuche hier mal ein bisschen mehr kühle rein zu bringen in meinem raum bis dahin ciao